Die Leiter hingetan. Jetzt kann ich die hier benutzen. Jetzt kann ich hier rüber. Und da rüber springen. Ich hoffe mal, ich schaffe das direkt. Aha. Nehmen. Mit dem Benzin zum Monster Truck zurückkehren. Wäre positiv. Nicht mich töten. Natürlich mich töten. Wo steckt die hier? So, und jetzt so schnell rennen wie möglich. Duke nicht schlapp machen. Du hast es gleich geschafft, Duke. So, einfach Benzin reinfüllen. Boah, ihr macht hier gerade mein Auto kaputt. Das wisst ihr hoffentlich, dass ich jetzt megamäßig angefressen bin. Deswegen. Okay. Oh, ich habe schon wieder auf die falsche Tasse gedrückt. Kann ich das Teil wieder aufnehmen? Gut. Schön. So, nehmen wir einfach mal kurz den Monster Truck in die Hand. Na klar. Dass ich das nicht schaffe. Okay, rein da. Highway Schlacht. Trinke Bier, um dich widerstandsfähiger gegen Schaden zu machen. Hatten wir das nicht schon mal? Checkpoint gesichert. Mal sehen, wo lang es geht. Ah. Aha. Das ist doch effektisch. Und so eine kleine Wassertour. Wow, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Wo ist mein Reif? Genau. Er ist heute extra scharf gewürzt. Ich weiß ja nicht, ob Schweine das mögen. Kann ich da hoch, ich denke, nicht. So. Okay, wo lang geht's jetzt? Wo lang, wo lang, wo lang? Ich verstehe. Nein. Ich hab doch extra mit Boost gefahren. Okay, nochmal. Und jetzt volle Kanone da drauuuuff. Das war's doch schon mal. Aua. Niemand hat mir hier gesagt, dass wir jetzt auf einmal Split-Sec entzucken. Boah, der klemmt mich hier ein. Autsch. Oh, fuck. Da konnte ich nichts mehr machen. Der Teil hat mir voll den Weg abgedrängt. Hat mich nicht vorbeigelassen. Das war ja echt... Das war ja echt unfair von dem Teil. Boah, Alter. Wieso sind die so verdammt präzise beim Werfen? Das ist ja nicht mehr normal. Da muss ich wohl oder übel etwas mehr aufpassen. Ah. Ah. Ah, ich muss mir das Teil aufheben. Boah, verdammt. Die sind gar nicht so dumm. Boah, fuck. Fuck. Hey, scheiße. Die sind intelligent. Was mach ich denn bitte jetzt? Ah. Ich setze den Holoduke ein, um Gegner zu verwirren. Aber ich denke mal, so drum sind sie jetzt nicht, wenn auf einmal ein Holoduke auf der Straße steht und die den angreifen, wenn der Monster Truck noch weiter fährt. Ja, die sind schon arg, arg, arg schlau im Werfen, muss ich sagen. Die treffen einen ja echt immer. Ich muss, ja, ja, ich muss mir meinen... Ich muss die so in etwa so verarschen, dass ich meinen Tor bewusst aufhebe, dass wenn sie das Fass werfen... Hey, Alter! Ja, vor allem. Jetzt bin ich tot. Alter, was war das bitte? Das Teil dreht mir mal kurz den Weg ab. Ich habe keine Chance. Hey, ohne Witz. Assault Captains können hinter dich teleportieren. Ach, mir scheißegal. Ich will das jetzt schaffen. Und dieses scheiß... Scheiß... Boah, Alter! Warum wusstet ihr, dass ich jetzt meinen Turbo Boost anmache? Ich hätte warten müssen, bis es was in der Luft war. So. Vor dem habe ich jetzt besonders Respekt, weil das war immer der, der mich getötet hat. Komm schon, kommt schon! Ne, das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, der ist extra so, dass man nicht vorbei kann. Oder? Ja, natürlich ist der so. Der soll einen nicht vorbeilassen. Egal. Ich habe es überlebt. Das ist... Das ist die Hauptsache. Mein Ego ist auch wieder ganz gut. So. Ich denke mal, ich muss ja nach hinten. Ah, ich denke mal, wenn die Teile hier im Weg sind, wird das vielleicht nicht so... Äh... Ist wahrscheinlich mit dem da hinten nicht drin. Aber da gibt es ja einen Weg. Ups. Geht doch. So. Ähm. Da hinten. Aha. Geht doch. Das ist ja richtig angenehm jetzt hier zu fahren. Es fliegen Raumschiffe durch die Gegend. Ich glaube, ich habe irgendwas getötet, versehentlich. Ich habe so ein Gefühl, dass ich gleich tot bin. Ah, ich glaube, den rollenden Teilen darf ich nicht in den Weg fahren, sondern da muss ich schön... Jaja, ich drück ja. Ich habe... Wuhuuu. Ich habe mich verdrückt. Tut mir voll, sorry. Jetzt aber. Halber Schlag Teil 2. Waffen haben unterschiedliche Wirkungen. Probier sie alle aus. Juhuuu. Ja, ich will aussteigen. Ich will aussteigen. Keep out. Enders in mine. Do not enter. Ähm. Das kenne ich jetzt wieder von der Duke Demo, die ich auch gezockt habe, weil ich... ich konnte es mir einfach nicht entgehen lassen. Die. Die. Das bedeutet so viel wie sterben. Oder stirb, wenn man das als einen Aufruf verwendet oder so ähnlich. Und schon wieder. Ich habe doch auf eins gedrückt. Warum? Warum? Äh. Ey, man. Ah. Ich bin es mir echt von den ganzen Doom und Duke Spielen gewöhnt, dass ich auf drei drück für Schrotflinte. Ich glaube, ich beändere das, dass ich auf eins diese beschissene Mine werfe. Und dass ich wenigstens immer, wenn ich auf drei drück versehentlich wenigstens auch zu meiner Schrotflinte komme. So. Jetzt. So. Geht doch. Immer brav sterben. Als ob ich jetzt noch eine Pistole nehme. Boah, genau. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Bam. Ha. Stirb. Ich hoffe mal... Ja. So. Ich hoffe mal, jetzt sind alle weg. Ha. 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 Wusste ich doch. Okay. Mal sehen, ob es nochmal klappt. Ich hoffe mal, jetzt sind alle weg. Ha. Ich warte. Ey, diesmal sind wirklich alle weg. Na. War mir klar. War mir klar. Wo bist du? Exekutieren. Bäm. Boah, da hinten gibt es Munition für die Railgun. Da muss ich kurz hin. Gut, mir ist sorry, aber das muss sein. Ja, solche Geräusche mache ich in etwa, wenn man mich morgens weckt und ich noch keinen Bock habe zum Aufstehen. Also so unter der Woche mäßig. Wir schießen erst und stellen später Fragen. Gute Einstellung. Ne, den Ripper brauche ich jetzt hier nicht. Können mich da durch. Nein. Nein. Ne. Bier habe ich auch noch, aber brauche ich jetzt das erste nicht. Na, da warte ich bis der da ist. Hat sich ausgefackelt für dich. Ja. Das war's mit dem Ferkelein. Boah, Alter. Wie viele denn noch? Puh. Das war jetzt ein bisschen zu knapp. Das war jetzt ein bisschen zu knapp. Ah. Ah. Voll verzogen, weil der Bastard mich getroffen hat. Ja. 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 Komm, schieß die Felsen kaputt. Die haben dir auch voll viel getan. Mann. Schon wieder. Schon wieder. So. Ich will ja nicht blinklings rein stürmen. Alles eine Frage der Reflexe. Alles eine Frage der Reflexe. Und letztlich was ihr machen kann. Lecker Schweinefee. Wow. Das ist hier doch sehr gefährlich. Geht. Another. ثر